Wie rum hängt bei dir die Klopapierrolle? Eindeutig, einfach ganz klar mit dem Papier nach vorne, nicht nach hinten. Ich verstehe nicht, wie man das zur Wand hängen kann. Danke. Warum das? Ich dachte, das passiert aus Versehen. Nein, nein, das ist wie katholisch versus evangelisch. Das sind Konfessionen. Das machen Leute extra, dass das Klopapier zur Wand geht? Es gibt Leute, die sind irgendwo zu Gast und hängen das um. Eben! Was für ein Mensch muss man sein? Das war's für ein Mensch.